Doch vorweg klingt Musik durch die Nacht. Wir freuen uns auf eine großartige Künstlerin, welche die Herzen aller Fans und die grossen Bühnen dieser Welt erobert hat. Die aus Chicago stammende, in Miami die lebende Sängerin schuf und performte unzählige Hits, unter anderem den Titelsong zur Fußball-Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Verehrtes Publikum, wir erleben hier und heute eine Weltpremiere und holen nun den Stern vom Himmel auf den Center Court zu St. Jakob. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, she is a force of nature and a celebrated music icon of our time. Please, give a very warm welcome to the one and only Anastasia. Thank you so much. I actually want to make sure I introduce the man of the hour, the maestro, Christoph, is here helping me with the beautiful band you already heard. So tonight we are going to enjoy ourselves. Let me take one moment. Good evening. Guten Abend. 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 Vielen Dank.